facebook hat ein neues seiten design zumindest wird es gerade bei vielen ausgespielt und wir kriegen ganz viele fragen dazu oh gott kathrin wo finde ich denn jetzt was wie funktioniert das hier warum ist alles anders als vorher und deswegen hier ein kurzes tutorial denn wir haben seit heute tatsächlich mit einer unserer seiten dieses neue seiten design und ich zeige dir mal was sich verändert und vor allen dingen die eine sache die ich finde dass sie wirklich sehr sehr cool ist und dass sie dir neue follower bringen kann wenn du sie ordentlich nutzt viele meckern darüber aber ich zeig dir gleich was ich meine mein name ist kathrin hill ich bin facebook marketing expertin und ich möchte dich abholen das neue design ist nicht komplett neu natürlich bei vielen wurde es auch schon getestet schon seit über einem jahr ist es in den tests immer mal wieder es ist hochgepoppt und jetzt scheint das überall auszurollen und deswegen nehme dich jetzt mal mit in diesem ungeplanten video und zeige dir was hier jetzt das besondere ist an diesem layout und wir gucken uns beides an wir gucken uns den desktop an und wir gucken uns das handy an die handy version zum einen hier im desktop am pc eine der größten änderungen das habe ich schon von der ganzen weile angekündigt dass wir bei dem neuen seiten design keine gefällt mir angaben mehr haben das heißt wir haben hier nur noch follower das siehst du hier an unserer team seite da habe ich das neue design schon das habe ich bei meiner kathrin hill online wachsen seite noch nicht aber hier bei der team seite haben wir das bereits und das bedeutet wir haben hier nur noch die follower und sehen eben nicht mehr die gefällt mir angaben so wie das auf der alten seite noch war ich zeige mal den unterschied hier auf der seite das alte layout das ist gefällt mir und follower und ich habe schon davon gehört dass man sich aussuchen kann ob man follower oder gefällt mir behalten will für gewöhnlich ist die followerzahl größer und es werden automatisch alle gefällt mir auch zu followern wenn sie dir sowieso folgen man kann gefällt mir klicken und das follow weg nehmen dann fallen sie weg und folgen dir nicht mehr aber das haben sie vorher ähnlich weil sie deine beiträge nicht gesehen haben dazu habe ich noch gesondert videos das ist aber eine der großen änderungen wenn du drauf klickst hast du direkt eine übersicht von seinen ganzen followern die dir folgen man sieht ja auch nicht jeden aber das finde ich recht übersichtlich ansonsten sieht es sehr danach aus dass es eben dem design des profils angepasst wurde wir haben jetzt hier den steckbrief auch für die seite das ist eine seite ist sehen wir hier steht seite dabei es ist eine kategorie dazu wenn wir hier draufklicken haben wir noch weitere informationen man die seite erstellt wurde hier findet man die werbeanzeigen die aktuell laufen für diese jeweilige seite das war vorher auch ein bisschen weiter unten das haben wir hier gefunden ich zeige so ein bisschen aus die zeitentransparenz war zeitentransparenz ganz unten war das das sehen wir jetzt hier tatsächlich relativ schnell indem wir auf die kategorie draufklicken was weg ist in der ersten ansicht und das ist ganz ganz wichtig das zeige ich gerade mal indem ich hier den einmal wegnehmer wir haben impressum und datenschutz nicht mehr direkt sichtbar wie das vorher war ihr seht es hier wenn wir noch mal nach oben gehen haben wir hier die datenrichtlinie direkt und das impressum war hier mit angegeben das gibt es hier so nicht mehr es ist im infobereich wenn man zweimal klickt ja unter infos datenschutz und rechtlichem kann man es noch einfügen datenschutzrichtlinie und so weiter ich würde hier empfehlen das wäre so mein tipp dass ihr datenschutz und impressum hier als webseiten einfach mit eintrag bei datenschutz habe ich es eben gerade schon gemacht impressum werde ich es noch nachholen der steckbrief hat wenig zeichen ja so wie im profil auch ihr seht wie viele wie wenig zeichen ihr habt und ihr habt es hier schon gesehen ich habe es getestet funktioniert am pc am handy funktioniert es nicht dass der link klickbar ist die meisten eurer fans werden sicherlich am handy unterwegs sein deswegen ist es nicht unbedingt relevant hier ein link reinzubringen dafür haben wir dann hier diesen oberen bereich und können uns das angucken wir können die seite hier oben verwalten und über die drei punkte ich mach mal so dass ich es besser sehen könnt über die drei punkte kann man jetzt hier zum beispiel einige sachen finden die man vorher vielleicht nicht gefunden hat hier ein story archiv deine alten stories rausholen den action button bearbeiten und ja ein call to action reinzusetzen der mit titelbild vielleicht zusammenpasst sowas wie melde dich für mein freebie an oder hol dir mein freebie ansonsten freunde einladen hier kann man auch zurück wechseln ich schiebe mich mal zur seite dass ihr das besser sehen könnt also story archiv ist hier drin man kann freunde einladen und man kann zurück zur klassischen seite wechseln falls das irgendjemand möchte und jetzt eventuell noch einige fehler im system hat die den er störter könnt ihr jetzt noch zurück wechseln das wird irgendwann nicht mehr gehen aber derzeit ist noch eine umstellungsphase und da ist diese dieser wechsel kein problem wir können hier einen rundgang starten das zeige ich euch denn das ist eine der größten änderungen eine der wo ich am gruppe das größte potenzial auch sehen sehe tatsächlich für deine seite und das wachstum deiner seite und zwar dieses wechsel zwischen seite und profil das seht ihr hier rechts oben und das erkläre ich gleich auch noch ein bisschen mehr und was das bedeutet und wie wir damit umgehen können vor allen dingen auch am handy wir können hier natürlich werbung schalten ist klar dass sie darauf aufmerksam machen den feed der seite haben wir hier oben das ist am handy auch dieses häuschen symbol und jetzt gucken wir uns mal an was das mit dem profil wechsel ist das eine der größten änderungen die ich hier jetzt wahrnehme ist dass ich hier rechts oben das ist am handy genauso über diesen pfeil ihr seht es geht hier im kreis jederzeit wechseln kann zwischen der seite und dem profil derzeit habe ich nur zwei möglichkeiten seite vom team oder mein profil weil meine eigentliche seite auf der ich gerade live bin noch nicht das neue design hat ich hoffe dass die dann hier landen wird wenn sie das neue design hat und dass ich dann hier zwischen den dreien hinten hin und her wechseln kann das bedeutet wenn ich das jetzt so lasse ich bin jetzt im team account und ich gehe zum beispiel auf die facebook startseite dann bin ich auf der facebook startseite und das ist jetzt wirklich wichtig auf der facebook startseite bin ich jetzt im namen meines meiner seite unterwegs weil hier team kathrin hil steht ja das heißt alles was ich jetzt tue test machen wir jetzt gleich mal unter dem live video passiert im namen vom team kathrin hil das war bisher nicht so und das ist wirklich wichtig das bedeutet und wenn wir jetzt mal reingehen wir sind gerade auf der startseite von meinem facebook das war vorher nicht so vorher war immer meine startseite auch nur mein profil eine der größten änderungen und deswegen hier kannst jetzt beiträge für deine team seite erstellen also für den facebook seite wie gesagt ich nehme jetzt das beispiel von dem team weil die andere seite das noch nicht hat zusätzlich dazu werden mir hier vorschläge angezeigt das erkennen wir hier durch vorschläge für dich da ist ganz wichtig hier werden mir seiten vorgeschlagen wo facebook denkt das könnte dich interessieren nach meinen interessen die ich bisher so gezeigt habe renovieren ja stimmt von daher werden mir hier vorschläge angezeigt jetzt könnt ihr also über diese vorschläge aktiv entscheiden wie diese startseite aussieht und hier sehe ich jetzt potenzial die bei der seite macht es sicherlich keinen sinn aber wir können jetzt und das gab es früher schon mal und zwar ein bisschen kompliziert zwischendurch dass man als seite viel einfacher interagieren kann und das können wir jetzt hier tun das heißt wir können jetzt die vorschläge annehmen aktiv annehmen oder eben ignorieren ich bin mir sicher man kann das auch irgendwie ignorieren beitrag verbergen vielleicht oder so dass man einfach wirklich proaktiv sich das so ein bisschen durchfällt hat und ich würde jetzt sagen tobi super tobi mag ich dem folge ich als seite ich bin immer noch als seite unterwegs und wenn ich dann immer mal wieder meine seite nutze und auf die startseite dieser seite gehe am handy ist es ein bisschen einfacher und das ist ja so eine der größten probleme die ich sehe bei meinen kunden zumindest dass wir immer schön auf facebook alles durchlesen von allen möglichen leuten aber uns selber nicht sichtbar machen und nicht aktiv kommentieren und in die interaktion gehen und das wird uns jetzt hier sehr viel leichter gemacht und wenn ihr das wirklich aktiv proaktiv nutzt ihr seht es hier gleich die stories von tobi kommen hier hoch und so können wir uns jetzt hier proaktiv vielleicht mal ganz intensiv auch über die suche seiten suchen ja die jetzt spannend sind bei mir zum beispiel marie smith meine absolute vorbild facebook queen kann ich jetzt drauf gehen ich bin immer noch als team unterwegs und kann hier jetzt gefällt mir klicken habe ich schon ja das heißt sie wird mir dann hier auch entsprechend angezeigt auf der startseite idealerweise ich gehe noch mal gucken sie dann schon irgendwie zu sehen ist denke mal das muss man sich jetzt ein bisschen kuratieren und gucken dass es eben dann auch passt eine der größten änderungen und das ist etwas worauf ihr achten müsst das heißt wenn ihr hier hin und her switcht ja ist schon wirklich wichtig dass man dann eben darauf achtet das womit man gerade interagiert das ist jetzt der ort an dem ihr tatsächlich hier interagieren könnt und entscheidet in welchem namen ihr postet gerade in diesem moment da stellt ihr um das geht relativ schnell über diesen einen klick wir gucken uns das auch noch mal hier am handy an das ist nämlich sehr sehr ähnlich sieht genauso aus da haben wir das auch so und dann nehme ich jetzt mal das teilen raus und gucken uns das handy mal an ja also wir haben hier jetzt immer raus und gehen facebook rein auch das sieht ein bisschen anders aus jetzt auch hier haben wir jetzt in tobi weil ich gerade als seite interagieren sehen wir hier am handy rechts unten rechts unten können wir wählen als was wir interagieren und können jetzt hier genauso wie am desktop hin und her switchen aufs profil um wieder meine privaten inhalte zu sehen oder eben auf die seite switchen und dann aktiv interagieren mit den anderen seiten denen wir folgen was ich eben sehr sehr spannend finde also das ist für mich so dass das haupt thema so wir können herzchen hinterlassen und von daher da sich das größte potenzial bei all dem was jetzt wieder nervig ist mit dem neuen design ja das ist eben so ein bisschen das problem das wir haben und da guckt euch das gerne mal an hier haben wir zum beispiel auch die interaktion die insides die beitragsinformationen die veranstaltungen finden wir hier zum beispiel da es soll übersichtlicher gemacht worden sein von facebook ja das haben sie zumindest so gesagt ich nehme das mal raus und zeige euch gerade einmal was facebook zu der neuen seiten version sagt es ist übersichtlicher und intuitiver klar kennen wir am anfang ist es immer doof ja also da wirklich ganz wichtig mühsam zum beispiel hier definitiv janet findet es kacke das mit dem switchen ist mühsam wie gesagt kann man mühsam als mühsam erachten man kann es aber auch positiv sehen also ich sehe den zumindest den teil sich positiv an auch wenn mir einiges fehlt an statistiken da sind einige tatsächlich nicht mehr so leicht einsehbar wie das vorher war ansonsten ist es so dass man jetzt einfacher zwischen der öffentlichen seite und individuellen profilen wechseln kann das ist also ein großer vorteil gerade wenn man hier mit verschiedenen seiten und profilen unterwegs ist das ein bisschen einfacher bei insta geht das ja auch dass man zwischen verschiedenen profilen hin und her wechseln kann generell die interaktion wird dadurch einfacher mit anderen konnten ja und dieser feed was wir uns gerade angeguckt haben diese startseite da wird erstmal die etwas vorgeschlagen wenn du noch niemandem folgst wenn du mit deiner seite schon jemandem folgst wirst du da automatisch schon was sehen und das müsst ihr euch selber zusammenstellen also pro aktiv auf seiten zu gehen mit denen du interagieren möchtest wo du gesehen werden willst und dann entsprechend da auch aktiv kommentieren außerdem aussagekräftige insights da lässt sich vielleicht drüber streiten und relevantere benachrichtigungen ich finde die noch ein bisschen unübersichtlich also wie gesagt dieses zurück switchen wäre jetzt noch möglich wenn du das möchtest falls es dich noch stört aber die benachrichtigungen verändern sich und landen jetzt an unterschiedlichen stellen da muss man sich auch erst mal ein bisschen dran gewöhnen die verwaltung der tools ist außerdem neu das solltet ihr euch unbedingt angucken wenn ihr weitere administratoren bei euch in der seite mit ein bindet das ist meine empfehlung die ich immer habe falls mal aus irgendeinem grund du das passwort nicht ändern das oder so und dein account gehackt wird du solltest immer mindestens einen anderen administrator dem du vertraust hier in deinem profil mit drin haben falls mit deinem profil mal irgendwas ist und jetzt gibt es zwei neue zugriffs varianten einmal facebook zugriff und einmal task zugriff das ist auch eine ganz neue sache gab es vorher so nicht das heißt du kannst dir gesamt zugriff auf eine bestimmte seite geben oder nur auf bestimmte tasks das wäre zum beispiel ich zeige es einmal so was wie jemand kann nur inhalte erstellen ja ich zeige mal die verschiedenen themen inhalte nachrichten also jemand kann nur nachrichten schreiben messen übers messaging community maßnahmen zum beispiel kommentare prüfen beantworten werbung schalten also könntest sagen du kannst nur werbung schalten alles andere kannst du bei mir nicht machen und die insights einsehen das heißt wir können hier auch verschiedene bereiche auf facebook zugriff erlauben ich nehme an das neue seiten design hat noch andere hintergründe warum es so gemacht wird es soll wahrscheinlich wieder einiges einfacher machen für uns im ersten auf dem ersten blick wird es erstmal wieder kompliziert wie immer ja wenn sie irgendwas neues rausbringen wir uns dran gewöhnen müssen es ist finde ich ich nutze es ja nur noch jeden tag und kenne facebook ziemlich gut relativ intuitiv es ist nicht so viel an unterschiedlichen stellen wir können immer noch ziemlich viel machen es werden auch gerade ja dinge umgestellt wie zum beispiel reels wir können reels erstellen auch am pc beispielsweise und alles was man hier machen kann das ist alles nichts neues das konnten wir vorher schon deswegen brauche ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen für mich ist gerade entscheidend dass ich die statistiken nicht so intuitiv finde da gehen wir mal rein denn was ich auch sehr verändert hat ist hier das menü die menü anzeige ich zeige mal wie es vorher war ja wenn ich hier als seite unterwegs bin ich bin jetzt natürlich hier als andere seite unterwegs ist links zwitschig zurück das ist natürlich ein bisschen kompliziert wenn du also irgendwas nicht findest liegt es wahrscheinlich daran dass du gerade falsch eingeloggt bist oder über irgendwie ein eine andere seite und wenn ich im profil drin bin habe ich hier meine alte alte ansicht wieder und kann dann hier sehen dass es wirklich ganz unterschiedlich ist und weitere informationen jetzt bin ich wieder als profil unterwegs muss man eben aufpassen als profil bedeutet wenn ich jetzt hier kommentiere auf meiner seite das war vorher auch nicht so dann und da haben sie extra dieses ausrufezeichen kommentiert als um dir nochmal zu sagen hey achte darauf wer bist du hier gerade rechts oben und deswegen da ganz wichtig so darauf achte dass du jetzt dann nicht als seite unterwegs bist ja und ich kann jetzt hier auch nicht auf diese infos professional dashboard zugreifen wie du hier siehst dann muss ich wieder switchen das wird noch sehr lustig werden denke ich aber da haben wir dann weitere informationen sehen dann statistiken zum beispiel wir haben hier natürlich keine beiträge auf der seite dementsprechend ist das hier wichtig dass ihr keine statistiken so wirklich seht ansonsten wichtig dass ihr hier die statistiken seht die insides ja für die beiträge selber finde ich es am intuitivsten gerade die informationen über das creator studio anzugucken oder über die business suite und da gehe ich auch noch mal einmal kurz rein weil ich das auch ganz wichtig finde dass ihr hier in dem creator studio und da habe ich gerade vor kurzem ein ausführliches video zu macht was du hier findest und was man hier alles einsehen kann und naja wie man in die videos reingehen kann und was für reichweiten es gibt und so weiter wenn es darum geht auf dem handy inhalte zu erstellen dann mache ich das auch tatsächlich über diese apps und das zeige ich euch einmal da habe ich dann nämlich quasi die business suite und das habe ich hier im social media die business suite ist da mein tool der wahl muss ich sagen da kann ich dann auch immer switchen als was will ich posten und hier kann ich meine inhalte vorplanen ich kann beiträge erstellen ich kann die beiträge ansehen ich kann kommentieren das heißt für gewöhnlich wenn ich als seite unterwegs bin und beiträge erstellen möchte mache ich das hier über die business suite oder eben auch über dieses creator studio wobei ich das die business suite schöner finden ja hier habe ich alle infos die ich brauche die ich einsetzen kann dementsprechend nutze ich für die seiten interaktion die facebook app gar nicht so sehr viel das mag sich jetzt ändern durch das neue design weil wir dadurch jetzt noch mal eine ganz andere möglichkeit haben zu interagieren das ist für mich der haupt unterschied und zwei dinge also zu beachten erstens aktiv deinen feed optimieren also aktiv reingehen und zu gucken ich gehöten muss mal raus aktiv deinen feed wem folgst du und dann auch proaktiv mit den seiten kommunizieren also in die kommentare gehen und das zweite ist optimiere einmal deine seite wenn du das neue seiten design hast und behalten möchtest guck ob impressum und datenschutz richtig korrekt hinterlegt ist und ob alle informationen die man auf den ersten blick sieht für jemanden der neu auf deine seite kommt gut einsehbar sind denn viele funktionen sind jetzt weg es gab verschiedene video creator layouts und ähnliches die gibt es dann in der neuen seitenversion nicht mehr um es alles einheitlicher zu machen und falls du später reingehüpft bist fangen gerne noch mal am anfang an habe ich das seiten design ein bisschen erklärt und euch gezeigt was da jetzt das wichtigste ist und ich sage mir jetzt so fragen wenn ihr jetzt aufgrund des videos noch unklarheiten habt nicht wisst wo ihr was findet wenn ihr irgendeine funktion sucht und nicht wisst wo die ist wir sammeln das jetzt mal und dann mache ich noch mal ein gesondertes video ich wollte ein kurzes update geben was es mit dem neuen seiten design auf sich hat und so die wichtigsten funktionen einmal erklären und dann sehen wir uns auf facebook wieder das dann erleben das dann sehen wir uns auf dem neuen seiten dann sehen wir uns auf dem neuen seiten und dann sehen wir uns auf dem neuen seiten dass jetzt die